So kommt schon wieder irgendwas angelaufen Was kannst du machen? Ich gehe zur Flagge, die da irgendwo hängt Hier sind aber zwei Flaggen Nein, das wäre so ein Schlitzy-Typ hier, Alter Ey, die sind irgendwie viel aggressiver, Alter Ey, ich mache die Tür wieder zu Hinter dir Ja, Mann, Alter Boah, da War das mit dem nicht richtig? Achso, hier ist die ganze Zeit Gewebsprobe von John Alles klar, okay Ausweis Von John Sonst noch irgendwas gefunden? Ja, da hinten liegt ein Ausschnitt Wie viele Ausschnitte wir auch in letzter Zeit gefunden haben, ne? Naja, nicht so schlecht, ja, muss man Das stimmt Hi, du Arschloch War es das oder was? Wer hat Schlachter den, ne, wer schlachtet den Schlachter? Ne Errungenschaft freigeschalten, ich weiß, konnte zwar jetzt nicht lesen, was die beinhaltet, aber Für alle Fälle erfüllt Ich glaube auch nicht, dass das bei dir eine Axt war Ne, war ja auch keine Axt Komisch Musst du mal gucken, was war dann da, was du da bekommen hast Ja, siehst du, kann ich eigentlich mal gucken Ne, war bei Extras, ne? Extras Herausforderungen, ne? Oder? Ja, ja Schlachter den, ne, wer schlachtet den Schlachter? Ne Das war nicht Herausforderung, Erfolge, da Wer schlachtet den Schlachter? Hm, der ist auf alle Vielleicht bei Herausforderungen Ich guck grad bei Erfolge, das kann keine Herausforderung sein, oder? Aber bei, also bei Herausforderungen ist er nicht bei Der kann ja denn nur bei 8er sein Was ist denn fast geschafft? Wenn du 120 Sammlerstücke 88 hab ich, krass Und was ist das? Erkunde die gesamte Insel 52 von 76 Okay Taekwondo Alles klar Na ja, gut, egal Machen wir weiter, oder? Ja, das war aber kein Erfolg im Spiel Also, das muss irgendwas von Steam gewesen sein Ja, ja, ne Die Erfolge sind dieselben Echt, ja? Ja, weil er nicht angezeigt wird, deshalb Sehr mysteriös Kann sein, dass das halt irgendwie doch ganz anders heißt Wer weiß das schon Wer weiß das schon Ja, stimmt Stimmt Alles verrückt hier Da hast du recht Immer, äh, immer wieder dasselbe Wir sind immer nur am Rennen Was will der eigentlich schon wieder? Wer will den Paufs Maul Willst du den Paufs Maul, oder was? Du musst jemanden von Obst Clan finden Jemand, der noch nicht mit den Infizierten in Kontakt gekommen ist Und eine Gewebeprobe Also, wir müssen jetzt den Nicht-Infizierten finden Okay Von dem, von dem Volk da Oh, schon wieder Chris Von dem Chris abgeschlossen Ich hab gerade Geld bekommen Hast du es auch schon bekommen? Hast du dir hier gerade das Geld schon gekrallt? Wo denn, was denn, wo die? Äh, bei dem Typen hier, da wo wir gerade waren Oder? Komm mal Nee, jetzt aber 250 Meter müssen wir jetzt latschen Oh, nö Oh, hier ist noch eine Quest Oh, ich hab die Tür zugemacht Okay Was? Schon wieder, was ist ein Bungalows? Oh, nö Wie hieß denn das hier mit 50 Metern entfernt? Das muss doch hier irgendwo gewesen sein, ne? Schade, ich dachte eigentlich, ich könnte die Tür direkt wieder zumachen Ja, war mir klar, du Arsch Nee, wo ging denn das jetzt lang? 200 Meter müssen wir latschen Wie viel? 200 Meter, sagt er bei mir Was auch immer das ist Warte mal 200 Meter, wo sind wir denn dann? Also bei mir Du musst da Rede mit Coritoria Ope Ja, ja, mit dem Ist das die Hauptmission? Ja, ist die Hauptmission Alles klar, dann müssen wir da wieder hochfahren Erneut Aber der zeigt doch da lang Oder? Ja, das hat er Letztens mal auch schon gemacht Ja, ja Dann schnappt man sich da das Auto Warte mal, warte mal Nee, nee Wir benutzen die Schnellreise Oh, ist denn da oben eine Schnellreise? Da oben ist eine Schnellreise Da ist so eine Karte Ah, okay Aber sehe ich Habe ich jetzt auch gerade gesehen Wir müssen was gucken Dschungel Wie könnte das da oben heißen? Nee, Labor, ne? Nee, Labor ist hier, wo wir jetzt sind Doch, Opes Höhle Genau Wir sind da Wer noch? So, meine lieben Freunde Wir haben schnell Ähm, ja Wir haben jetzt mal kurz gekattet für euch Damit ihr euch das nicht antun Und ja Ihr könnt hier sehen Ja, deine Pflanzen haben wir noch nicht Willkommen, großer Krieger Halt bloß deinen Maul Hi Du Ope, du alte Hütte Was, der ist im Boot abgehauen? Hä? Exkortiere Es müssen wir ihm folgen, oder? Immer dasselbe Immer das gleiche mit die Franzosen Dir ist schon krass Und es dich interessiert, was du erzählst? Interessiert uns neue, Digga Kannst auch gerne ein bisschen laufen Ist kein Problem, Upe Ja, so läuft der wirklich, ne? So, oh, scheiße, gleich kommt's Gleich kommt's hinten und vorne raus Alles klar Guck mal, auch seinen Helm, ja? Der, wie, äh, äh, der sieht auch sehr lustig aus, der Helm Naja Außerdem, wer bauten beim Eingeborenen hier so eine Karte hin? Das ist eine gute Frage Eine verdammt gute Frage Richtig gute Frage Er könnte auch mal rennen, oder so Ja, ne? Macht der aber irgendwie nicht Was ist denn, hier rennen, rennt er dann? Ne Nur mal so, zur Abwechslung mal so ein bisschen Was für ein Arschloch Äh, Loy, wo kommt der denn her? Das ist so ein Schläger Yo, er hat mich umgebracht Rette mich Rette mich Rette mich Wo bist du denn? Ich lieg irgendwo so im Busch Ja, du bist hinterm Felsen Ich bin aber irgendwie so in einem Busch gelandet, ey Ey, du Penner, ey, aus dem Maul, oder was? Bastard Ja, äh, kommst du jetzt da wieder mit? Was, die immer labern? Diese Ureinwohner, die haben immer alle Die labern hier Gott und Blan und Blan und Blan Blub Oder was labern die immer für'n Scheiß Oh, der ist hier rennt Wollen wir denn jetzt hin? Nein, was ist denn hier los? Wo will er denn jetzt hingehen? Erstmal kriegen wir hier auf den Sack Oh Oh, 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 alter Ich geb ihm, ey Wo ist er denn jetzt hin? Warum ist er nach oben lang? Ich weiß auch nicht, warum er nach oben läuft Ist der bescheuert, oder was? Alter Hey, jetzt kommt er wieder runter Hä, was ist mit dem? Check ich nicht Solche Kandidaten, liebe ich, ja Da pfeift er sich wieder die ganzen Dinger rein Ich fass es nicht Na, logisch Was ist denn los mit dir? Gerade Hunger Die Unsterblichen Wiedererweckten Also, der Laber hat mir wirklich zu viel, ne? Kann man ja nicht immer die so in den Mund zukleben? Wir haben noch ein bisschen Kräheband, oder nicht? Ja, ab und zu haben wir mal die gefunden, stimmt schon Kann man schon mal machen, so So machst du jetzt dann in der Action, oder was? Oh, das ist schon der Kopf ab Schön, so ein Schlägertyp hier, Alter Was ist denn das denn? Alter Du war mein Handy, der hat Gebreed Gebreed Oh, der muss kotzen Alter Was auf, der stirbt Ne, der stirbt Was hast du getan? Ne, ich hab doch die Vergiftung Oh, der hat sich ja mal totgereiert, Mann Naja, geil, oder? Das ist nämlich mit dem Schlachter auch passiert Der ist auch so gestorben Deswegen hab ich den Erfolg gekriegt Oh, Apple Oh, ja Ach, hier ist ein Boot, okay, alles klar Was, was für ein Boot Wo sind wir hier? Kennst du das hier irgendwie? Wo kommt das her? Was ist das hier? Oh, ich hab'n Ausweis hier von Oh, lol Lag aber auf dem Boden, alles klar So, wir sind wieder da Was geht Ist das der Typ, oder was? So, was nun los Geh mit den Schamanen zu den Katakomben Oh Oh, oh Jetzt sieht's richtig ab, Digga Jetzt geht's zur Sache Jetzt läuft er, oder was? Er rennt Er ist ein Renner Was ist denn mit dem nicht richtig? Du Arschloch Ähm Okay Anna, was musst du denn? Ich hab da so'ne Elektroschocker Ja, spuck mich voll, du hässlicher Stimmt mir nicht mit dir Er grüßt sich Jetzt muss ich mir schwer so'n Schuss setzen, Mann Kann doch nicht euer Ernst sein, ey Hi Hi Na Du auch hier Jetzt läuft er wieder Und dann sind wir gleich wieder vor ihm Dann geht er wieder Und das Das ist dein Dorf Mhm Sieht sehr schön aus Überall sind böse Geister, oder was hat er gesagt? Ja, irgendwas so in der Art, ne? Jetzt soll wohl überrannt vor uns sein Von die Von die Zombies Ja, kein Wunder Ähm 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 Hi Ja, tu mir doch weh, du Arsch, Mann Der kämpft sogar mit, Mann Der kämpft mit Bats Alles klar So Du hast dich verletzt Ich wehs Ich wehs Ich wehs